Und herzlich Willkommen zu Maxpeen mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um dieses Lager. Wir sind jetzt hier und das will ich haben. Das ist hier so ein, wie heißt das Ding? Das ist eine Ölpumpe! Da gibt es Schrott, sechsmal sogar Wasserspeicherteile, das ist auch gut, Insignien und ein historisches Relikt. Habe ich wieder Mad Maxpeen gesagt? Warum sage ich immer Maxpeen? Ich weiß es nicht. Oder hatte ich Mad Max gesagt? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Ich bin verwirrt. Und alt. Dass da oben kein Scharfschütze ist, das verwundert mich. Das kann ich gar nicht so nachvollziehen. Das wäre doch ideal. Hier war noch ein Auto, dem habe ich das Rad abgeschossen. Das sind zwei. Die könnten mir in den Rücken fallen. Ich sehe sie aber noch nicht. Ich bin weiter weg. Ich bin gemein. Halt! Ich muss den anderen Dricker ziehen. Huch! So jetzt. Und nun nicht, dass die hinterher kommen. Ich hoffe mal, ich habe die jetzt beide hier verruhigt. Das werden wir jetzt ja gleich sehen. Schrot werde ich nicht nehmen. Die tun mir nichts, ne? Ich könnte Schrottkram gut gebrauchen, aber jetzt wäre das glaube ich nicht ganz so schlau. Der Rock Ryer sitzt da drin irgendwo. Ich sehe nichts. Wie man sieht. Hier komme ich jetzt nicht mehr rein. Hier komme ich jetzt nicht mehr rein. Schnell. Hier ist auch kein Tank zu sehen. Das bringt gar nichts. Mach! Ach, was mache ich denn? Ich fahre ein Stück vor. Schnell, 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 schnell! Ich weiß auch nicht, wo der Seil jetzt da was sieht, dass es da hin muss. Unbedingt. Ich kann nichts, wo ich, ich finde nichts, wo ich drauf schießen kann. Wie sollen wir denn hier reinkommen? Oh Mann! Halt so! Ja, ein bisschen besser Auskundschaften hätte ich vielleicht gehalten. Ja, ist doch gut. Fahre doch mal rum hier. Wir wollen was sehen. Ob sich das lohnt auszusteigen. Ich versuch's mal hier. Weil so kommen wir ja nicht rein. Das ist irgendwo vielleicht einen anderen Weg gibt. Äh, sieht nicht gut aus. Das Lager ist gleich im Alarmzustand. Gibt's hier irgendwo ne Spalte, wo man rein kann? Nix. Oh, das geht sogar. So. Das kann ich jetzt sowieso nicht mehr verhindern. Vorsichtig. Na. Das sieht richtig beschissen aus. Aber meistens gibt es ja einen anderen Weg rein. Na, da komm ich nicht hoch. Das ist dann doch zu... Heftig! Aber das müssten wir doch schaffen hier, ne? Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es! Nicht. Aber den schaffen wir. Und den schaffen wir. Hier geht's auch nicht weiter. Hier führt kein Weg rein. Nein? Ich dachte schon. Ich dachte schon! Nein, 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 nein. Ich bin gleich einmal rum. Wie komm ich in dieses Lager? Da ist was. Ein Anker? Hä? Der Anker liegt doch da bestimmt nicht ohne Grund. Kommen wir hier von der Seite? Da kommen wir irgendwie hin. Ich hätte einfach nur den anderen, von der anderen Seite laufen brauchen. Na, warum auch nicht? Nehmen wir den längeren Weg halt. So, hier mal lang. Hier geht doch ein Trampelfahrt lang. Ah. Ja, ja. Verteidigung gestärkt, war klar. Aber hier geht's rein. Hier wär's reingegangen. Da kann ich durch. Ölpumpen. Wir sind jetzt drinnen. Vorsichtig. Hier ist aber keiner, ne? Hier ist Benzin. Da ist der Tank. Dann werden wir uns erstmal da drum kümmern. Kommt da wer? Nö. X und B. Ooooooh. Hier war hier nicht noch ein Tank. Da war bisschen Food. Da hinten schreien sie schon. Schneller, ich hör Schritte. Hallo. Spiel. Ich hab Y gedrückt. Ah nun. Mensch. Hüpf. Was? Hüpfst er denn nicht? Mehr als auf die Tasten drücken kann ich doch nicht. Mehr als auf die Tasten drücken kann ich doch nicht. Spiel. Ah nun. Hüpfst er denn nicht? Ah nun hüpf doch mal, Mensch Junge. So wie ich das will. Du nervst. So, reicht. Das war eben doof. So. Ich hätte mal gleich schießen sollen. Bonus Schrott. Schrott, 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 Schrott. Das hab ich jetzt auch nicht verstanden, warum er den wie so ein... alter Opa... Ach jetzt hab ich mich verdrückt. Hallo. So. Das haben wir denn schon mal. Dann können wir nachher das Tor aufmachen. Ich hab ihn schon trommeln hören. Hallo Freund, was machst du denn hier? Hängst du? Hast du einen Hänger? Okay. Vorsichtig ran pürschen. Da sind noch mehr. Eins, zwei, drei... Vier. Na komm her. Ich bin ruhig. Huch. Ich will keine Messerbestrafung machen. Jetzt klappt's doch. Warum nicht immer so? Und du kriegst noch einen auf die Nase. So, Ruhe. So, die haben wir denn auch... Oh, was seh ich hier? So, die ist dann auch weg. Da hinten ist noch der War Cryer. Der ist auch noch dran. Jetzt sammeln wir hier erstmal ein. 806. Nee! 839. Yippie. Ist hier noch ein bisschen Futter oder Wasser? Noch nicht. Ist hier noch was drin? Oh, Mann. Bin ich so weit weg? Entschuldigung. Bonus-Sniper-Kugel von... Munition! Da hängt der... Der Hund. Der Lappen. Der Hundelappen. Hier gibt's Wasser. Der Hundelappen. Hier gibt's... Wie viel... Wie viel Gegner gibt's hier eigentlich? Das steht hier nicht. Ich hoffe, ich hab jetzt hier auch alles durchsucht. Ah, bringt eh nichts. Noch so eine! Ah, hüpft weg! Ah, scheiße. Mir fehlt einfach ne Waffe. Die Schrotflinte hat nicht so die Reichweite. Mir fehlt einfach die passende Waffe. Na du Sack! Jetzt bist du erstmal dran. Jetzt wird sich erstmal um ihn gekümmert. So, Ruhe hier. Wir schauen uns erstmal um. Ah, hier gibt's schon was Interessantes. Hä? Schwester, es passiert überall. Die Leute machen endlich die Augen auf. Dieser faschistische Überwachungsstaat wird auf einen mächtigen Gegner stürzt und ein bewusstes Volk. Bleib stark, bis es soweit ist. Marvin. Ich kenne auch Marvin. Ja. Zu lange gewartet. Dann haben wir das Teil auch schon. Wasserspender. Auch nur ein von zwei. Naja, ich habe ja hier auch noch nichts richtig gefunden hier. Zwei von drei. So, dann gehen wir hier einmal rum gucken. Von da bin ich gekommen. Wer ein bisschen genascht hat, ich. Ich nehme die mal mit, falls hier noch wer rumkriecht. Und dann schauen wir mal, ob ich hier noch ein bisschen weich finde. Zum Beispiel, ich wollte... 1025! Also das Ding können wir uns schon mal leisten. Da hinten geht's auch noch weiter. Dann gucke ich erstmal da. Vielleicht kommt man da ja nachher nicht mehr hin, wenn es brennt. Da gibt's Munition. Hier gibt's die Skrotus-Insignie. Drei von drei. Eine Schrotflintenpatrone. Vier von sechs Schrott. Achso, und dann sind die hier... runtergerutscht. Das können wir auch. Hier fehlt noch Schrott. Naja, nachher. Kümmern wir uns erstmal... Ah, guck mal hier. Um die Mission. Hier gab's Wasser. Ich trinke mal einen Schluck. Ich trinke mich mal satt und dann nehme ich mir das restliche Wasser. Guck mal, wenn ich die beiden Autos mir da vorne vornehme, dann habe ich den Schrott auch noch. So, gut. So, und jetzt werde ich mal was machen, was ich schon die ganze Zeit nicht gemacht habe. So, das war auch wichtig. Äh, ja... Ich guck nur nochmal, ob ich hier irgendwo was sehe. Aber hier waren wir überall drinnen, ne? Was habt ihr denn hier gebaut? Ihr habt den guten Ausblick. Hier ist nochmal Munition. Ein Messer, eine Schrott und Snipergugel. Hm, hab ich hier denn noch irgendwo was übersehen bestimmt, ne? Na, hier war doch irgendwo jetzt ein Kanister. Da. Das heißt, hier macht hier aber auch den Dreck. Warum drücke ich immer A anstatt X? Das war der Rotzfelsen. Wie lustig. Ja, jetzt muss ich bloß noch die zweimal Schrott finden. Und dann ist alles gut. Ja. Das verfärbt sich schon. Oh, das hat aber richtig was gebracht. Mann, Mann, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Stufenaufstieg. Elf Griffapunkte. Oh, dann lohnt es sich ja auch da mal wieder hinzuschauen. Hab ich hier denn schon alles untersucht? Guck mal, was hier ist. Ist hier noch mehr? Nee. Hier sind bloß Waffen. Einmal Schrott fehlt mir jetzt noch. Nee, das muss hier sein. Das war ja nur der Seiteneingang. Du bist ja kein Schrott. Du bist nur Material. Jetzt ist hier auch die Tür auf. Sham wartet brav da draußen. Rotzfelsen. Ja, das kann nur hier sein. Das ist immer ein bisschen Fiegelinsch. Mit dem Gesuche. Nach den Sachen. Immer. Was macht der denn hier eigentlich? Der haut da drauf rum. Okay. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr Schrott bekommen. Ich habe hier überall schon geguckt. Ich weiß das. Ich gucke aber trotzdem nochmal. Wo war ich drin? Naja, hier kann es ja im Überblick nicht sein. Da nicht. Und dort nicht. Nein, die stehen hier bloß so rum. Und da auch nicht. Hier hängt der Rockcrier dran. Dran. Hier ist... Benzin. Was ist das hier gewesen? Ach, so ein komisches Fallending da. Die haben wir ja schon öfter gesehen. Ah, man kann hier noch hoch. War ja alles wurscht. Hätte mich auch gewundert. Ich gucke nochmal hier oben. Wo muss ich was übersehen haben? Da. Das da. Das sieht zu viel aus. So, jetzt haben wir 100%. Rotzfelsen abgeschlossen. 100%. Geil. Achso, ah. So. Das machen wir jetzt noch. Jetzt geht es nochmal zu Scham. Halt, ich kann ja hier lang. Das geht schneller. Von wegen fallen lassen. Ich lasse gleich mal was fallen. Da bin ich glatt weg dran vorbeigelaufen. Jetzt kommt da wieder die schöne Flinte. Das ist nicht gut. Ich kann ja auch schneller laufen. Jetzt werden wir uns das Upgrade für die Harpune holen. Das Messer haben wir voll. Denn die ist nämlich sehr nützlich. Und dann ist die auf 100%. Und dann kann ich mich gleich noch um die beiden Autos da unten kümmern. Die da brav stehen und darauf warten, dass sie in den Schrotz erlegt werden. Was? Eins ist nur noch da. Mist. Mist. Ich muss erstmal so tun. Ha, 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 ha. Na klar. Da kenn ich gar nix. Riesiger Hakenaufsatz. So. Ist mir die Sache wert. Dann zeig mal den riesigen Hakenaufsatz. Aber wisst ihr was? Ich brauch hier gar nicht so viel rumspielen. Ich steig mal aus. Denn... Muss ein bisschen dichter. Jetzt geht's. So. Dann haben wir das auch schon erledigt. Da haben wir... Oh, hier ist noch mehr Schrott. Sehr schön. Sehr schön. So. Und wisst ihr, was ich jetzt noch machen werde? Jetzt machen wir eine schnelle Schnellreise zu Herrn Gutgesch. Eine schnelle Schnellreise habe ich gesagt. Weil dann kann ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen Story weiterspielen. Wird ja mal wieder Zeit. So. Was machen die Skelette denn dort im Stacheldraht? Der Ölbrunnen kann gebaut werden. Ölbrunnen. 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 Kommt denn der Ölbrunnen hin? Hier sehe ich nur weiße Sachen. Äh, gelbe. Da fehlt mir immer noch ein Teil. Aber... Madenfarm. Ja, 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 ja. Hier geht's weiter. Vielleicht geht's oben weiter. Oh, ich hab schon wieder 22 Minuten. So lange wollte ich gar nicht spielen. Aber so, das passiert mir ja ständig. Ich mag das Spiel. Das ist wirklich schön. Da ist der Ölbrunnen. Daaa! Und ein Ölbrunnen. Dann wird nämlich das Auto immer gleich vollgetankt. Die Teile hab ich also schon. Sehr schön. Ölbrunnen. Der Magnum Obus wird automatisch aufgetankt, wenn du die Festung getrittst. Das ist... Das hat doch was. Äh... Achso. Ja. Wer fährt dich? Eine rote Fahne. Interessant. Festung verbessert. Ja, haben wir. Ölbrunnen. Ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht wegklicken, aber ich hab's. Das macht aber nischt. Hier haben wir die nächste Aufgabe. Und Hauptmission. Da steht sie. Mit dem grünen Kreis und den schwarzen Ausrufezeichen. Ja, Max. Denn... Danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass die Folgen dann auch mal wieder auf 20 Minuten kommen. Tschüss. 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 Tschüss.